Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag Stahlos der Schnaufspause. Diesen Auftrag müsst ihr in die Luminarzone der Höhle. Ich habe es hier auf Level 2 gemacht. Werft hier gleich am Anfang die drei in der Luft befindlichen EFM mit einer Luminar-Kugel. Fahrt nun die Strecke weiter bis kurz vorm Schluss. Nun wird plötzlich vor euch der Stahlos auftauchen und sich hinlegen. Während es liegt und schläft, müsst ihr es fotografieren und dieses Foto am Ende beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen, bis zum nächsten Mal. Tschömmi-Dü.